Der linke untere Teil der Korbogenwand stellt die Auferstehung der Leiber dar, die sogenannte Auferstehung des Fleisches, wie es theologisch heißt. Ein Engel in einer Gloriole, vermutlich ist es der Erzengel Michael, zieht eine Frau an ihrem Arm aus der Erde heraus. Es ist genau der Moment, in dem die Seele wieder die Gestalt des Leibes annimmt. Bilder und Vorstellungen, mit denen wir uns heute vielleicht schwer tun. Und trotzdem steckt der Gedanke dahinter, dass bei uns Menschen Leib und Seele eine Einheit sind, zusammengehören. Der Körper ist also nicht nur eine wertlose, austauschbare Hülle. Der Körper gehört zu uns, zu unserer unverwechselbaren Identität.